Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Black Russian. Der Black Russian oder Schwarze Russe ist ein weltbekannter Cocktail. Für eine Person werden folgende Zutaten benötigt. 4cl Wodka, 2cl Kaffee-Likör z.B. Kalua oder Tia Maria, 3 Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. 5. Rührglas, kleines Stielglas oder kleiner Tumbler, Stirrer, Zubereitung, Kaffee-Likör und Wodka in ein Rührglas geben, mit einem Stirrer gut verrühren, Eiswürfel in einen Tumbler geben, den Cocktail in das Glas gießen, sofort servieren. Diese Varianten gibt es. Die irische Version des Black Russian ist mehr als erwähnenswert, Wodka, Kalua und Eiswürfel werden zusätzlich durch einen Schuss Guinness und Cola verfeinert. White Russian, Red Russian, Green Russian. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! ër 하나, golden Appetit! Vielen Dank.